Weiß was, jetzt probiere ich mal was anderes wieder. Cool. Wenn hier rumgeballert wird. Und zwar haben wir hier dieses tolle Buch, Leute. Und in dem Buch findet ihr zum Beispiel diesen Begriff Drawing. Und die Abmissionen findet man jetzt hier weniger. Weil ich die ja schon abgeschlossen hab Da heißt es dann, benutze die Zeich... Äh, benutze... Benutze die Bilder, um den Ort zu finden Und dann könnt ihr die Tiere nachschlagen Echt voll gemacht Na, wo ist die Taschendampe? Da müssen wir Licht haben, da wird wieder geballert Echt schlimm, ich baller da auch gleich mal Interlocation, the word Interlocation, ja Da findet man sogar Hier zum Beispiel auf dem Bild siehst du Sogar ein Pfeil, der dir genau anzeigt Richtig cool gemacht Also wie gesagt, guckt ruhig hier in dem Buch nach Um dann in den, ähm Dings weiter zu kommen, genau Ihr habt jetzt, seid jetzt in der Kampagne Habt eine Mission Und ihr wisst jetzt nicht weiter, dann guckt ihr mal Gerade von Den ganzen Infos, die ihr auch aus dem Saar kriegt Die ihr euch die Main mitteilt Da sind halt die Bilder mit dabei So, wenn ich jetzt nochmal Das Buch gegriffen bekomme Statt die Taschenlampe, so Könnt ihr euch zum Beispiel jetzt nochmal gerade hier zeigen Zum Beispiel, nehm mal Goodbye Tourist Das war die, die letzte Nachricht, glaube ich Man kann mal gucken Hier zum Beispiel Seht ihr genau das Gebäude Wo ihr dann hin müsst In der Mission Also da findet ihr wirklich tolle Informationen hier Unter Drawings Ich hab halt den Fehler gemacht Typisch deutscher, ne Übersetzt Drawings Mit Zeichnungen Und haben mir dann überall hier Irgendwelche Markierungen angesehen Die an den Straßen sind Ob Graffitis Oder irgendwas auf dem Boden gezeichnet Und dann dachte ich Okay, da müsste irgendwas sein Aber Die Drawings sind halt diese Bilder mit gemeint Reicht doch Ja, 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 ja Fesch gehabt, ja Da liegt auch wieder ein Rezept, oder? Ne, Minecrafting Muss ich mal gleich noch gucken So, dann machen wir Old Town Interlocation Haben wir hier im Bild Das war wichtig Also dieses Bild war wichtig Für die Kampagne Hab ich aber wieder nicht gecheckt Ist Diesen Schuppen Steht hier rum Da findet ihr dann auch ein Teil Äh, ich glaub Für Einen Pumpregulator Findet ihr 5,4 Falsche Taste gedrückt 5,4 Jetzt zieht mich einer So, jetzt aber So, und jetzt hab ich hier Wieder wat Crafting unlocked Ja Schön Warte mal Hier hab ich das Rezept Das hab ich auch nicht Sticky Proximimine Okay Ne Mine Ah Davon haben wir ja auch genug Materialien, ne Können wir mal testen Ah, okay Die kann man platzieren Und die explodiert Wenn die in die Nähe kommen, ne Kann man die ins Inventor Ja Ja Ja, interessant Sollen wir mal ausprobieren Ja, aber du musst die Dann schon Etwas weiter weg platzieren, ne Ja, ja Weg, sondern wir fahren ja Weißt du, sogar Deutschlandweit Ne Einfach da hinstellen, oder wat Activated 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 Schauen wir uns da an Von hier Ja, das geht, Leni Das war wirklich Es gibt Autoradien gelesen Oh, da war mir nix Also ich find's halt immer witzig Ähm Ich weiß ja, ich weiß, ich weiß ja Ich weiß ja, es war ja vorzeitig Ähm Oh, da hat mich jetzt mit in den Hut gerissen Ja, Scary Movie ist der Kult, ja Der zweite geht auch noch Der zweite geht auch noch Weiß wat, jetzt probier ich mal was anderes wieder Ja, aber Mei Ha 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 Good Untertitelung des ZDF, 2020